Wir haben nach der ersten Palette schon irgendwie die Probleme gesehen und klar, dann stehst du mittendrin, du hast die Nachfrage, du hast die Kunden, du willst es bedienen, deine Investoren drängen dich, dann musst du irgendwie Flickenteppiche bedienen und am Ende stopft man natürlich ein Loch mit einem Loch. Aber hättest du eine Alternative gehabt, hättest du irgendwas anders machen können? Früher Pleite gehen, ja. Der Flopcast. Was wir von gescheiterten Unternehmen lernen können. Präsentiert von Lexware. Hallo und willkommen zum Flopcast, unserem Podcast hier bei Detektor FM, wo wir über gefloppte Ideen und Unternehmen sprechen, das zusammen mit den Unternehmerinnen und Unternehmern selbst machen. Denn die meisten neuen Firmen, die scheitern schon in den ersten Jahren, was aber auch viel Gutes an sich haben kann und genau das wollen wir in unseren Gesprächen hier zeigen. Ich bin Maja Fiedler und mein heutiger Gast ist der selbsternannte Kaffeerevolutzer Hans Stier. Ich treffe ihn in Berlin in den Räumen von Bonner Werde. Hallo. Hallo Maja, herzlich willkommen in Berlin. Ich würde dich gerne ganz kurz vorstellen, du bist inzwischen 35 Jahre alt, aber schon mit Mitte 20 bist du auf die Idee gekommen, den Kaffeemarkt zu revolutionieren. Großes Wort. Ist schon lange her, ja. Deine Idee, die war ein Kaffeeautomat, der Kaffeebohnen nicht nur mahlt und brüht, wie das andere Automaten üblicherweise tun, sondern auch selbst röstet. Damit wolltest du einen besseren Geschmack erreichen und den Kaffeebauern mehr Geld bieten. Aber, das kann man glaube ich so sagen, deine erste Firma, Kaffee Toro, also Kaffee Stier, die ist ordentlich gefloppt. Das Ganze ist nach hinten losgegangen. Ihr habt Maschinen geliefert, die zu heiß wurden, die Lecks hatten und sogar Elektroschocks verteilt haben. Seitdem sind viele Jahre vergangen. In der Zeit gab es noch mehr Probleme, Änderungen und wir haben über die Jahre insgesamt vier Crowdfundings gezählt. Inzwischen funktioniert der Kaffeeautomat aber endlich. Mit der Idee, gescheitert bist du ordentlich und dann einfach wieder aufgestanden oder wie ist es abgelaufen? Du bist ja gut informiert hier. Wahnsinn. Sehr, sehr erfreulich. Ist dir das unangenehm? Nee, überhaupt nicht. Im Gegenteil. Ich finde es großartig, wie du dich mit dem Thema schon auseinandergesetzt hast. Es gibt viele, die sich dann gerade mal die Website angeschaut haben oder eine Wikipedia-Seite gelesen haben und dann irgendwie mit so Halbwissen kommen. Und du hast hier schon sehr viel tiefer gegraben. Finde ich cool. Genau, also alles richtig. Genau so war es. Und war auch gut so. Kann man so sagen. Denn die Sachen entwickeln sich ja meistens aus der Asche sozusagen neuer und schöner, als sie sich entwickeln können, wenn man in so einem Korsett der alten Sachen drin ist. Und deswegen haben wir heute zwar immer noch genauso, wenn nicht mehr Probleme als früher. Einfach ob der schieren Größe, die wir jetzt erreicht haben mit irgendwie 5000 Kunden in irgendwie 62 Ländern, das macht es natürlich nicht einfacher. Das heißt, ihr könntet auch jederzeit wieder scheitern? Ja, selbstverständlich. Also wir sind jetzt noch nicht irgendwie über den Berg. Und wenn wir da zurückdenken, dass wir damals mit irgendwie 80.000 Euro gestartet sind, da hat man natürlich nicht die Kraft, um ein Gerät komplett neu, komplett allein zu bauen, sondern ist dann auf Lieferanten angewiesen. Und in dem Fall hat der Lieferant uns am Ende schlichtweg verarscht. Also das kann man schon auch sagen. Wir haben einen Top-Golden-Sample, das steht immer noch in unserem kleinen Brunner-Werde-Museum als sozusagen Urknall. Und das ist eine Eins. Also es funktioniert nach wie vor und leckt nicht und er spritzt nicht und wird nicht zu heiß. Ist top. Nur als wir dann in die Breite gegangen sind und die ersten Paletten ankamen und die Maschinen dann natürlich ausgeliefert haben, weil wir natürlich auch aufgeregt und freudig waren, riefen die Leute mehr oder weniger postwendend an und hatten unter Wasser stehende Küchen oder eben zu heiße Maschinen. Liegt das vielleicht auch daran, dass dein Hintergrund eigentlich ein komplett anderer ist? Also du bist kein gelernter Barista, sondern hast Jura und BWL studiert. Ich bin tatsächlich gelernter Barista. Tatsächlich? Ach nee. Genau, ich bin tatsächlich gelernter Barista. Ich habe in Australien zu Zeiten meines LLMs, ich habe so einen Master of Law gemacht, neben meinem MBA, meinem Master of European Business, habe ich den in Australien gemacht, in Manly, habe ich dann als Ballister gearbeitet, mich ausbilden lassen und dann da als solcher gearbeitet. Und hast du da deine Kaffee-Vision quasi entdeckt? Nee, null. Die kam ich also total stumpf. Also ich bin wirklich morgens auf dem Weg zur Arbeit in die Kanzlei, in meinen Stamm-Coffeeshop gelatscht, um mir meinen Stamm-Kaffee zu holen. Ich habe schon immer, muss man sagen, schwarz getrunken. Ich fand schon immer Cappuccino und diese ganzen Milch-basierten oder Espresso-basierten Milchgetränke ein Verbrechen am Produkt. Da stehe ich auch heute noch zu oder inzwischen, das ist fast eine Religion geworden. Fand ich aber schon damals doof und habe deswegen schon damals schwarzen Kaffee getrunken. Und anscheinend hatte das irgendwie der Coffee-Guy da mitbekommen von diesem Shop. Und der röstet nun mal in seinen Shops oder in einem seiner Shops. Ja, nun tauchte der eben, der tauchte hinter dieser Theke auf. Plötzlich kam er so hoch und guckte mich an und sagte so, hey, hast du Lust, ein bisschen frisch gerösteten Kaffee zu probieren? Ich verköstige gerade hier einen und dann fing er an. Irgendwie, ich kann es nicht mehr sagen, ich glaube, das war ein äthiopischer Kaffee, der jetzt gerade eben frisch da in diesem Röster geröstet wurde. Völlig geil, weil das für mich wirklich so die Augen geöffnet hat. Ich dachte so, wie krass, was macht der denn jetzt? Einfach das Erlebnis. Ja, ich finde, das ist das, was wir jetzt natürlich, also unterm Strich, jeden Tag versuchen, unseren Kunden zu verkaufen. Ja, weil da gehen dir einfach die Augen auf. Da verstehst du plötzlich so, was das Produkt Kaffee eigentlich ist, wie es eigentlich gedacht ist und warum es eigentlich eher eben in der Liga von Wein und Whisky und Craft Beer und Schokolade und Zigarren spielen sollte, als in, wo es heute spielt, leider häufig ja doch nach wie vor eher so auf der irgendwie Benzin-Diesel-Rohstoff-Ebene. Ja, also dieses ist Schwarz macht wach, das ist echt ein Verbrechen. Und das tut mir, also es tut uns jeden Tag weh, weil viele natürlich auch sagen so, oh, das will ich jetzt nicht bezahlen, den Preis, oder ist mir zu teuer, oder ihr spinnt ja, oder so. Ja, da, also um jetzt eine Frage zu beantworten, sorry, ich neige dazu abzuschweifen. Ja, das allein ist ja erstmal noch kein Business, ne? Ja, genau, wir haben da gesessen, oder wir haben da gestanden und Kaffee geröstet und Kaffee getrunken und ich bin, ich glaube, acht oder neun Stunden später da rausgekommen. Ich bin da den ganzen Tag nicht zur Arbeit gegangen, weil das mich einfach völlig, ich bin da so in so eine Welt eingetaucht. Aber dein Gedanke war dann, das Ganze erstmal zu Hause machen zu können. Genau, dann, mir kam sofort so, das muss jeder machen können und das, den Zugang muss jeder haben können. Genau, das musst du zu Hause hinkriegen. Das, das ist... Jeder braucht zu Hause eine Maschine, mit der er selbst die Kaffeebrühe rösten kann. Genau, also das kam dann sehr, sehr, sehr schnell. Also ich bin am Abend nach Hause, hab die Kündigung auf den Tisch gelegt und, also nicht nach Hause, sondern ins Büro, hab die Kündigung auf den Tisch gelegt und noch dann mir die Nacht mit Thompson Innovation um die Ohren geschlagen. Man muss sagen, das war ein großer Schritt. Du hast bei RTE einen sicheren Job gehabt. Ja, das war, genau. Bis ins kalte Wasser gesprungen. Wusstest du sofort, du willst diese Maschine selber bauen? Nee, ich wusste noch mehr sogar. Ich wusste sofort, dass es da einfach noch nichts Richtiges gibt, sondern dass ich auf das, was es gibt, aufsetzen kann, wenn ich mit den Leuten zusammenarbeiten kann, die da schon was haben. Und das war dann eben der Fehler dieser ersten Unternehmung. Denn die, mit denen wir dann zusammengearbeitet haben, auf deren Basis ich natürlich auch sozusagen weiterentwickelt habe, in die Maschinen, in die wir viel Geld investiert haben, die ganze Zertifikation, Approbation und so weiter gemacht haben über den TÜV, die Idee war da gut. Und was wir selber geschraubt haben als eben, wie man sagt, Golden Sample, das war bombastisch mit Absolventen der Technischen Universität hier, inzwischen guten Freunden, damals einfach angeheuerten Werkstudenten. Das war schon richtig, richtig gut. Aber die Maschine, die dann ausgeliefert wurde, da wurden, ich habe die schöne Geschichte gehört, da wurden direkt die Topflappen mit ausgeliefert, damit man sich die Hände nicht verbrennt, weil die so heiß geworden ist. Ja, das ist super krass. Also wir haben nach der ersten Palette schon irgendwie die Probleme gesehen. Und klar, dann stehst du mittendrin. Du hast die Nachfrage, du hast die Kunden, du willst es bedienen, deine Investoren drängen dich. Da musst du irgendwie Flickenteppiche bedienen. Und am Ende stopft man natürlich ein Loch mit einem Loch. Aber hättest du eine Alternative gehabt? Hättest du irgendwas anders machen können? Früher Pleite gehen, ja. Früher Pleite gehen, okay. Aber nicht mit den Leuten zusammenzuarbeiten, geht ja irgendwie auch nicht, oder? Genau, du willst es ja irgendwie beweisen. Du kannst nicht von jetzt auf gleich Supplier wechseln, wenn du in den Supplier alles Geld, was du da hattest, investiert hast, eben in Zertifizierung und Inventory und so weiter. Was willst du da machen? Also das war schon alles so richtig, wie wir das gemacht haben. Wir haben tausend Fehler gemacht, das ist überhaupt keine Frage. Zum Beispiel? Wir haben uns viel zu früh auf die Hardware da verlassen. Wir haben viel zu wenig Druck sozusagen auf das Fundraising gegeben. Wir hatten eigentlich viel, also das ganze Thema Hardware, das ist ja in Deutschland so ein bisschen so ein verpöntes Thema leider. Also es ist immer wieder irgendwie erstaunlich, wie wenig Geld für Hardware-Themen ausgegeben wird. Hardware heißt einfach, die Maschine an sich bauen zu lassen. Genau, ja generell, wir waren ja mit, wie gesagt, also am Ende insgesamt haben wir da eine Million verbraten, aber halt über drei Jahre hinweg, und da kommst du dann nicht so richtig auf den grünen Zweig, um eine Maschine neu zu bauen. Weil das Geld nicht ausreichend dafür ist? Ja, keine Chance. Inzwischen mit Bonaverde, jetzt sind wir ja bei fast zehn Millionen, aber eben auch über die Zeit. Also wenn wir jetzt die zehn Millionen at once hätten oder gehabt hätten, wäre natürlich das in unserem Leben auch viel einfacher und auch das Produkt viel besser. Wir haben jetzt das Glück, dass wir mit dem Produkt ja einfach schon auch, was wir vorher hatten, aufbauen konnten, sodass wir quasi das Geld und die Zeit und die Learnings da mit inkorporiert haben, weil ja das Team am Ende das Gleiche war. Ich konnte ja dankenswerterweise sozusagen viele von meinem Team und auch von den Investoren gewinnen, mit rüberzukommen. Es gibt auch viele Leichen im Keller, das ist keine Frage. Auch ein schwieriges Thema beim Scheitern. Das klingt sehr hart, vor allem, wenn es wirklich um Menschen geht. Ja, nee, also im wahrsten Sinne des Wortes, also neben irgendwie zerbrochenden Freundschaften, die einen sehr dauern einfach über die Jahre, die einem immer wieder so hochkommen als, ah fuck, das war mir nicht gut, sind tatsächlich auch zwei Partner in meinem Business verstorben. Das ist auch schockierend gewesen. Das war einmal unser Entwicklungspartner, mit dem wir dann aus Altmach Neu gebaut haben. Da ist der Geschäftsführer verstorben, der eigentliche Partner von mir, so ein bisschen auch so ein Mentor, großer Unternehmer aus Holland. Das war schon echt hart. Die sind gestorben, wirklich im Zusammenhang mit, wegen Alter, aber, oder? Nee, beim John Herzinfarkt. Also ja, der war auch schon irgendwie 60, aber das ist jetzt kein Alter meiner Meinung nach. Und das ist am Ende der Stress, der ihn da umgebracht hat. Und das Gleiche dann tatsächlich auch für den Gründer und Geschäftsführer von dem Werk, in dem wir herstellen lassen, in China, in Shenzhen. Ein großartiger, ja, einer der wenigen großartigen Visionäre in dieser Gegend aus China, der wirklich versucht hat, diese Firma, die eben mit klassischen Wasserkochern am Ende groß geworden ist und uns wirklich... Für den war auch der Stress zu viel? Ja, genau. Auch ein Herzinfarkt. Also zwei und beides an Weihnachten, ein Jahr nach dem anderen. Das war schon hart. Also das sind so die Themen, die einem, das war jetzt schon in der Bonner-Werde-Zeit, die einem natürlich auch aufs Gemüt schlagen. Und was lässt einen denn da weitermachen? Also schlimmer kann es ja gar nicht gehen. Naja, gerade das eigentlich. Also bei den zerbrochenen Freundschaften und den irgendwie schwierigen Themen, ja, auch Alt-Investoren, die sagen so, sag mal, hier, machst du jetzt das Gleiche wieder und ich habe keine Aktien mehr, was fällt denn dir ein? Gibt es natürlich auch, ja. Oder du sagst, naja, was soll ich denn machen? Also ich kann jetzt nicht hier allen Leuten irgendwas schenken. Klar haben wir das damals verkackt, das ist ja überhaupt gar keine Frage. Wir haben uns einfach versaut, haben uns vor die Wand gefahren. Das ist schon richtig, aber dann haben ja neue Leute da rein investiert. Also ich kann ja nicht dann das Geld der neuen Leute nehmen, um alte zu bedienen. Das ist ja ein altes Snowball, wie sagt man, Schneeballsystem. Das geht ja auch nicht. Also mit diesen Gedanken kämpft man immer und wo du fragst, was lässt einen dann weiterkommen, ist natürlich genau das eigentlich die Antwort in sich selbst, zu sagen, nee, gerade weil will ich das jetzt schaffen. Und ja. Und die Idee war einfach so gut, dass ihr immer wieder an dieser Idee festhalten konntet. Das heißt, die Ausführung war einfach das große Problem, die Produktion, an der ihr dann im Laufe der Zeit gearbeitet habt. Ja, mehr als das auch heute, wo die Hardware schon sehr fortgeschritten ist und wirklich viele Themen schon wahnsinnig gut funktionieren, haben wir natürlich immer noch Themen, an denen wir kranken, sei es in der Hardware, sei es in der Software, sei es im Produkt. Wie lange bastelt ihr da jetzt dran? Ja, 2011 Café Toro, 2013 Café Toro Pleite. Das war im März. Da haben wir im April Insolvenz angemeldet. Und im Mai habe ich geheiratet. Das war richtig stark. Wegen Insolvenz? Nee, das war vorher geplant. Dass man seinen persönlichen Anker wenigstens zu Hause kommt. Genau, jetzt muss ich mich irgendwo festhalten. Nee, das war natürlich alles vorher geplant. Das war ziemlich olle Zeit dann einfach, die ich da auch im Endeffekt nur dank meiner Frau und mit meiner Frau und dann eben auch den Freunden und vor allem natürlich Familie da durchgestanden habe. Und neben Freunden, die einem Geld leihen und gesagt haben, so Alter, das musst du jetzt nochmal machen. Das ist einfach zu geil. Du quatschst auch nach der Pleite jetzt drei Monate lang, die du hier die Abwicklung noch machst, nur davon. Und das wird funktionieren, du musst das machen. Da hast du ja einen Plan. Also wir hatten, das ist ja das Abgefahrene, wir hatten ja von Anfang an einen, wir hatten einfach einen wahnsinnig guten Plan, wie wir das Thema groß machen können. Für den hatten wir aber einfach kein Geld. Und der Plan war tatsächlich Crowdfunding. Also das gab es 2013 noch nicht in Deutschland. Das kannte kaum einer. Und das erste Learning aus Café Toro, das ist nicht genug Geld, wir kommen damit nicht weiter, das funktioniert so nicht, damit kannst du nichts bauen. Es waren zwei Learnings. Das eine eben, wir brauchen mehr Geld, aber das eigentliche Learning, und das ist echt immer wieder das, was ich den Leuten erzähle, die uns irgendwie anfragen für, hey, wir wollen eine Kampagne machen, kannst du uns mal helfen? Da würde ich hunderte Anfragen. Crowdfunding ist echt nicht die Kohle, sondern es geht um dieses eine alte Thema, flip the table around. Du willst den Tisch umdrehen, den Verhandlungstisch, du willst selber, dass die Leute zu dir kommen, statt dass du überall die Klinken putzen musst. Also wir sind mit Café Toro, haben wir überall versucht, irgendwie vom Förtner zum Innovationsassistenten zu kommen, und das ist mühsam, das ist fast unmöglich. Du kommst da nicht richtig an. Während wenn der Vorstand für Innovationen von großen Firmen dich anruft und sagt, so Herr Stier, können wir mal vorbeikommen, wir würden gerne unseren Geschäftsführer mitbringen, der ist auf Innovationsroadshow durch Berlin, und sie im Foodtech und so weiter, da hast du ja eine ganz andere Verhandlungsposition, eine ganz andere Basis, du bist viel etablierter da. Du kannst dir die Leute dann aussuchen, mit denen du arbeiten möchtest, kannst die entsprechend screenen, hast ganz andere Konditionen. Aber das kommt ja nicht automatisch mit dem Crowdfunding, oder? Das kommt tatsächlich doch automatisch mit dem Crowdfunding. Das ist echt, das ist das Einzige, wofür das, also abgesehen davon, dass es danach dann wirklich wahnsinnig gut wird, weil du einfach eine riesen Basis an Leuten hast, die sofort helfen können, die sofort, heute habe ich eine Stunde mit einem Backer, Kickstarter-Backer der ersten Stunde aus Japan telefoniert, einfach weil wir diesen Markt versuchen jetzt anzugehen, und das ist ein Amerikaner, der lebt da, der hat schon fünf Maschinen von uns, reist da durch die Gegend, stellt das allen möglichen Leuten vor, also das ist einen besseren Ambassador, Markenbotschafter, Evangelist, nenn es wie du willst, kannst du ja gar nicht kaufen sowas. Sensationell. Das gleiche haben wir in Amerika, wo die Leute für uns auf Trade-Shows fahren, und auf einer Trade-Show ihre eigene von zu Hause mitgebrachte Maschine vorstellen und unsere Flyer verteilen. Und die drucken die selber am Coffee-Shop. Das ist schon geil. Also das ist Crowdfunding. Das heißt auch, wenn bei einem Unternehmen was total in die Hose geht, dann ist die Crowd nicht unbedingt davon abgestoßen, sondern kann sogar noch unterstützen bei der ganzen Geschichte. Ja, also das ist natürlich am Ende eine Kommunikationsfrage. Oder sind die euch auch mal ins Haus gerannt und haben gesagt, eh, so geht es nicht weiter. Ihr habt das Design verändert, ihr habt irgendwie die Kaffeemaschine viel, viel teurer gemacht als ursprünglich vorgesehen. 800 Euro dann auf einmal. 1.000 sind es. 1.000 sogar. Genau, also jeden Tag von morgens bis abends. Es gibt solchen solche. Du kannst es nicht verändern. Das ist am Ende dieses alte Thema, man kann es irgendwie nicht jedem recht machen. Denn wir haben ja nicht nur die sozusagen alten Investoren, gläubiger Freunde der ersten Firma, die sozusagen gefühlt Ansprüche haben, sondern auch dann aus dem Crowdfunding der neuen Firma, ja, Anspruchsteller, die auch Ansprüche, also das ist ja auch nicht so, dass wir sagen, stimmt nicht, null. Wir erkennen das ja an. Wir reden ja auch offen darüber. Wir versuchen uns da sehr transparent zu zeigen. Es ist nur am Ende so, dass das Crowdfunding ist. Und das ist auch inhärent mit Crowdfunding, dass du eben nicht bei irgendwie Mediamarkt ein Produkt aus dem Regal genommen hast und jetzt hinterher sagen kannst, in meinen 14 Tagen will ich jetzt aber das und das und manchmal meine Rechte geltend, sondern du hast halt ein Crowdfunding gemacht. Und Crowdfunding ist, du unterstützt ein Projekt, damit das zum Leben kommt. Und wenn das Projekt hinterher anders aussieht, dann schade Schokolade, musst du leider fressen. Ist so. Wenn das Projekt hinterher teurer ist oder sich verändert hat oder dir auch einfach gar nichts gibt, auch schade Schokolade, ist so, Teil vom Crowdfunding. Da bist du knallhart. Da bist du knallhart. Ja, du kannst das nicht anders machen. Weil wenn du es anders machst, betrügst du denjenigen, der hinterher Geld reingibt. Das ist dann automatisch, zwangsläufig, ein Ponzi-Screen. Habt ihr da immer gut kommuniziert mit der Crowd? Nee, wir haben alle Fehler mitgenommen, die du machen kannst. Jeden einzelnen und auch mehrfach. Was kann man da falsch machen? Gar nicht kommunizieren zum Beispiel, wie wir es gemacht haben. Einfach sich sozusagen totstellen, weil man irgendwann einfach auch nicht mehr kann. Da kommt natürlich eine Mischung aus Ressourcen. Wir sind auch nach Gründung Bonaverde und nach Launch, auch nach Launch übrigens der zweiten Kampagne. Also wir haben ja erst Kickstarter 2013 gemacht. Ende 2013 war das abgeschlossen. Wir haben so 700.000 Dollar gebracht, 600.000 Euro etwa. Wir haben dann Indiegogo gemacht mit 120.000 Dollar. Und dann, das war im Februar und dann im 2014 und dann im Juli 2014 bis Ende des Jahres 2014, ein Seedmatch gemacht mit 1,2 Millionen. Wahnsinnig viel Geld. Klingt wahnsinnig viel Geld. Und das ist auch natürlich so ein bisschen so ein Makel am Crowdfunding, dass du immer so eine Art Kontostand online hast, wo alle Leute denken so, boah, sind die reich. Das ist natürlich total naiv, wenn man das denkt. Dann darf man schon generell irgendwie nicht Crowdfunding mitmachen, und wenn man das nicht versteht, dass dieses Geld gar nicht, das ist ja nicht für immer da, sondern das war natürlich mal da, aber A, gehen davon super viele Posten weg. Du musst so eine Kampagne erst mal bezahlen. Alleine die Rechtsanwaltskosten dafür. Ich meine, jede Transaktion kannst du immer 10 Prozent rechnen, egal was du machst. Das heißt, von 1,2 Millionen hast du schon mal ordentlich viel Geld, was drauf geht für überhaupt Abwicklungen der ganzen Geschichte. Dann fängst du danach ja überhaupt erst an, dein Produkt zu bauen. Das heißt, 0, nächstes das Geld ausgegeben. Raised dann wieder. Und trotzdem bleibt natürlich die alte Summe da online stehen, weil die Plattformen ja auch nicht wollen, dass die Summen weggehen. Die wollen ja auch damit angeben. Ist ja auch okay, alles richtig. Nur führt das natürlich zu einer falschen Erwartungshaltung, denn man hat diese Summen nicht verfügbar. Sondern die waren mal da, aber erstens nie in voll. Und zweitens ist ja das, worauf man raised, einen Businessplan, ein Geschäftskonzept, eine Cashflow-Planung, eben eine Planung. Und die geht im Regelfall anders, als man sich's erhofft. Da kommt ja immer irgendwas dazwischen. Da muss nur schlichtweg das Wetter anders sein. Dann hast du schon ganz andere Kosten. Und so ist es bei uns auch mit den Crowdfundern gewesen. Also wir haben nach wie vor Anspruchsteller, die auch kommen und sagen so, ey, ihr Betrüger und hier und da. Ist aber inzwischen so, dass wir mit den Leuten sehr viel reden. Wir haben immer ganz einfach call.bonavarda.com. Da landest du direkt in meinem Kalender, kannst dir einen 30-Minuten-Slot reservieren und dann kannst du mit mir sprechen. Das machen viele Leute und dann wollen die halt hören, ich hab da euch mal 350 Euro gegeben oder 250 Dollar oder was auch immer. Was ist denn daraus geworden? Was hast du denn dann? Dann erzählen wir denen, was wir alles gemacht haben und wie geil das ganze Baby funktioniert. Das muss man ja auch sagen. Ich meine, es ist ja nicht so, dass wir mit dem Geld irgendwie auf den Bahamas hocken und hier segeln sind, sondern ... Ja, aber so ein Millionenbetrag da zu sehen, das ist ... Ja. Genau. Das ist schon viel, auch mit einem Crowdfunding, so einen Millionenbetrag reinzuholen. Das ist ja auch nicht der Einzige gewesen, sondern wir haben ja danach dann erst richtig losgelegt. Jetzt kommt ja erst die, jetzt kommt ja sozusagen, das war ja alles nur Anfang des Hockey-Sticks. Danach ging es ja richtig weiter. Wir haben dann ja Venture Capital reingenommen, also tatsächlich Business Angel Geld dann auch institutionell mit reingenommen. Sind jetzt bei, wie gesagt, fast 10 Millionen Euro da im Business. Das ist super viel Geld, aber das ist keine Summe, mit der wir jetzt, die wir jetzt vor uns hertreiben und sagen so, ja, super geil. Das ist super viel Geld und wir sind mega dankbar und glücklich, dass das funktioniert hat. Aber leider müssen wir auch anerkennen, dass es immer noch zu wenig ist und zu wenig bleibt. Also wir haben in vielen Bereichen bei so einem komplexen Produkt einfach ein dickes Brett zu bohren. Jeder, der sich ein bisschen mit diesen Sachen auskennt, ob es Hardwareproduktion ist oder IoT, Internet of Things, die ganze Digitalisierung, Apps, das kostet alles so wahnsinnig viel Geld. Aber wir haben natürlich schon einen Anspruch, auch unserer Vision gerecht zu werden, die ja nun mal ist, dass wir einen Markt aufrütteln wollen, der bisher eben Benzin irgendwie ist schwarz macht wach an den Mann bringt, scheißegal, woher es kommt oder wie es schmeckt oder was es ist oder wie es verarbeitet wurde. Das wollen wir ja nun gerade ändern. Das heißt, wir können jetzt auch nicht hergehen und sagen so, okay, wir machen jetzt alles super billig und kaufen überall nur irgendwie Ladidadi-Velo-Produkte ein, sondern wir müssen ja auch zusehen, dass wir unsere Partner, vor allem eben unsere Lieferanten, gerade im Kaffeebereich, aber auch in der Hardwareproduktion und eben, wenn man das konsequent durchdenkt, dann gilt es auch für jeden Freelancer. Also ich kann dir 30 Freunde nennen, die in Berlin Unternehmer sind und die für Mindestlohn überhaupt nichts halten. Wir haben schon bevor es den Mindestlohn gab, viel deutlich über Mindestlohn bezahlt, weil es einfach, kannst du nicht von unter 1500 Euro leben. So und naja, jetzt versuch ein Produkt mit 10, 15, 20 Leuten zu bauen, da kannst du ja ausrechnen, wenn du bei 1500 anfängst und bei x tausend für Entwickler, die ja nun mal wirklich wahnsinnig teuer sind, weil sie einfach rar sind, wenn sie gut sein sollen und so weiter, da ist das Geld schnell weg. In Deutschland ist es so, dass viele Unternehmen, die mal, oder Unternehmer, Gründer, die mal richtig gescheitert sind, sich stigmatisiert fühlen. Kannst du das nachvollziehen? Da bist du die richtige Frage gestellt. Warum bist du hier? Nein, das ist natürlich Quatsch. Also in Deutschland wird viel geheult. Das ist, glaube ich, auch so ein Thema. Die Deutschen, wir Deutschen, haben so eine Attitüde, immer irgendwie uns selbst zu bemitleiden. Ich gehöre übrigens auch dazu, leider. Ich bin auch sehr schnell dabei zu jammern. Das und jenes und der Staat tut nicht genug und die Banken sind so gemein und die bösen Investoren und kein Geld für Hardware und dieses ganze Rungejammere, das ist totaler Quatsch. Also in Wirklichkeit ist es einfach so, da musst du halt dann dir was ausdenken. Das ist natürlich jetzt leicht gesagt, weil das bei uns jetzt per Zufall irgendwie geklappt hat. Da hätte er genauso gut schief gehen können. Ja, ihr habt auch bei Freunden zwischendrin gewohnt. Also die Freunde muss man erst machen. Genau, hätte ich jetzt auch einfach Schulden bei meinen Freunden, die ich hoffentlich bis heute alle bezahlt habe. Und wissend, dass da ausstehende Beträge sind. Aber am Ende muss man sich irgendwie selber helfen. Und klar kann man immer sagen, der Staat und die Gesellschaft und auch die, was du ja ansprichst, dieses Stigmatisieren, ist ja irgendwo so ein gesellschaftliches Nicht-Anerkennen, dass das eigentlich mehr helfen sollte und dass die Gesellschaft mehr helfen sollte, dass der Staat mehr helfen sollte. Also ich würde sagen, worauf ich mich anlassen würde, ist mehr Hilfe zur Selbsthilfe. Ja, okay. Aber am Ende, ich war neulich bei der SPD zum Beispiel eingeladen, bei der Bundestagsfraktion, zum Sprechen über dieses Thema Insolvenz. Ja, und was können wir in der Politik? Und da kam dann da jemand und sagte, ja, wir brauchen einen Gründerführerschein. Ich so, hey, hör mir auf. Was für, ganz ehrlich, das ist ja der allergrößte Schwachsinn. Also du kannst doch nicht, und das ist jetzt gar nicht die SPD, ohne die SPD einzugreifen, ich bin weit davon entfernt, die SPD einzugreifen, nur um das kurz klarzustellen. Also, aber das ist wirklich, du musst doch den Leuten auch ein bisschen selbst, ja, einfach Selbstständigkeit, selbstunständig, diese Selbstständigkeit müssen die Leute haben, wenn die das nicht haben. Wenn du jetzt einen Führerschein, wenn du den Führerschein absolviert hast, das ist vielleicht wahrscheinlich, gerade derjenige sollte es dann wahrscheinlich nicht machen. Ja, das ist so. Und wir sind trotzdem auch wahnsinnig gut in Gründen. Ich sage mal, lauf die Straße runter, da findest du x Gründer. Das machen wir uns nur nicht klar. Jeder Dönermann ist ein Gründer. Jeder Friseursalon ist ein Gründer. Und wenn wir Gründer sagen, denken wir immer irgendwie an Hipster in Berlin-Mitte mit irgendwie Tattoo. Die ein bisschen rumträumen halt auch. Genau. Deshalb will man ihnen vorschreiben, einen Führerschein machen zu müssen, damit die mal auf den Boden der Tatsachen zurückkommen. Oder was steckt da für ein Bild dahinter? Genau. Das ist verbrämt. Also da steckt auch so eine Ideologie dann drin, die gar nicht notwendig ist. Deutschland hat genug. Also wir sind immer noch ein Land der Dichter und Denker und eben auch der Macher. Und wir kriegen auch Sachen gemacht. Würdest du vielleicht trotzdem sagen, mit so einem Führerschein, es gibt irgendwie so zwei, drei Sachen, die müsste man sich vielleicht doch vorher mal drauf schaufeln? Eben an Gründet? Nein. Nein. Also wirklich einfach nein. Einfach nein. Inzwischen habt ihr ein funktionierendes Produkt. Und du hast vermutlich so ein paar graue Haare mehr. Ist es so? Ja. Logisch. Ich nehme meine Mütze ab. Aber hat sich gelohnt? Also total. Also ich habe gerade gestern, total krass, haben wir irgendwie darüber gesprochen, wie wir jetzt Fundraising neu angehen. Auch um das ganz klar zu sagen, also wir sind vom Produkt her über den Berg. Wir haben das Ärgste hinter uns. Es funktioniert. Die Maschinen sind seit einem Jahr im Markt. Wenn du irgendwie 500, 1000, 1500, 2000 Maschinen irgendwie draußen hast, die laufen und du siehst jeden Tag da Interaktionen. Du kannst irgendwie sehen, dass die Leute immer wieder dann bestellen und konsumieren und das toll finden und ihren Fronten zeigen und dann neue Leute an Bord tun. Also ich glaube, der Proof of Product, den haben wir einfach da. Proof of Market ist überhaupt gar keine Frage. Der Spezialitätenmarkt, der wächst, das ist der Wahnsinn. Aber wir brauchen einfach wahnsinnig viel mehr Geld. Deswegen haben wir gerade gestern beziehungsweise ein Meeting gemacht. Deswegen bis drei Uhr morgens im Büro gesessen, um uns zu überlegen, wie können wir Fundraising neu angehen? Wie finanzieren wir auch neue Märkte? Was machst du mit so einem Markteintritt in Japan? Da haben wir vorhin drüber gesprochen. Wie finanzierst du den? Finanzierst du den aus Deutschland? Finanzierst du den da? Bla, bla, bla. Was mit Landesgesellschaft hier? Also das ist auch echt komplex. Hast du von vornherein so groß gedacht mit anderen Ländern? Ja, das haben wir natürlich von vornherein gedacht, dass das funktionieren würde. War auch kein Fehler? Nee, im Gegenteil. Ja, war auch kein Fehler. Du bist witzig. Das ist doch ein Fehler. Wenn ich drüber nachdenke, haben wir uns viel zu viel Komplexität anfänglich aufgeladen, um sozusagen jederzeit skalierbar zu sein. Ist so ein bisschen so ein Mitte-Hipster-Thema, was wir eben angesprochen haben. Da kommt es rein. Da hilft aber auch kein Führerschein, weil am Ende ist es die Frage, was traust du dir zu? Und was wollen auch Leute, die Investoren beispielsweise von dir? So, aber um das abzuschließen, haben wir gestern dieses Video dann nochmal angeschaut von einer Kampagne, die wir damals nicht gefahren haben, weil wir genug Geld hatten und eben auch einfach wussten, wir haben jetzt zu viele offene Baustellen. Da haben wir eine Kampagne, die wir voll ausgeplant hatten, nicht gefahren. Ja, das ist schon krass, wie wir uns auch verändert haben. Also die drei Leute, die da zu sehen sind, von denen zwei jetzt tatsächlich auch noch da sind, ja, ey, Grau, Haare, Augenringe, also das zehrt schon an einem. Und ich frage meine Frau, die sagt auch, ey, willst du nicht mal dir einen Amazon-Job suchen? Aber nein, will ich nicht. Und sie sagt auch, das würdest du auch gar nicht können und ich würde es auch nie wieder wollen. Also dann wahrscheinlich, ja, lieber direkt nochmal, also ich sage immer, wenn ich nicht Bonner-Werde-Gründer und Geschäftsführer wäre, wäre ich wahrscheinlich Bonner-Werde-Distributeur. Ich kann von der Sache fast gar nicht loslassen, weil es einfach zu gut funktioniert. Ich hätte gedacht, du würdest dann einfach irgendwas komplett anderes gründen. Einmal Gründer, immer Gründer. Das glaube ich auf jeden Fall, ja, total. Also da komme ich gar nicht von weg. Ob es was gründen oder was, wo man einsteigt, das finde ich auch nicht falsch. Also man muss auch nicht immer sozusagen sich alles neu ausdenken, sondern man kann schon auch wo mitmachen. Wie oft in diesen vielen Jahren hast du gedacht, boah, ich würde jetzt eigentlich am liebsten hier anhalten und aussteigen aus der ganzen Nummer? Einmal die Woche. Wir haben in dem Thema so viele Handgranaten oder wie sagt man Landminen drin, auf die du treten kannst. Wenn dir einer von denen um die Ohren fliegt, dann denkst du dir, boah, ich könnte kotzen. Und wenn du zu oft kotzt, kriegst du Sodbrennen und damit kommst du nicht so richtig weiter. Das heißt, man muss runterschlucken? Aber es ist, das ist wirklich, also wenn du dann an so einem Moment bist, wo du diese Themen hast, dann kommst du nicht mehr da so einfach raus. Und dann ist das eine Coaching-Frage. Ja, ich bin ein großer Fan davon, dieses Thema Coaching in Deutschland anders zu sehen. Mache ich selber viel zu wenig. Coaching wird in unseren gesellschaftlichen, da ist es wie der Bild, so ein bisschen irgendwie so mit Psychologen und Coaching kommt nicht von Couch, so ein alter Witz von mir, sondern das ist wirklich cool. Das sollte idealerweise nicht deine Ehefrau und auch nicht unbedingt Freunde sein, sondern idealerweise eben auch Leute, die das irgendwie professionell machen. Dann, was hilft einem noch? Auch das Thema sozusagen die Sachen offen ansprechen und was ich bei mir im Team immer wieder merke, also klingt auch super deutsch und doof, aber Aktennotiz, das ist super wichtig. Wenn man sich so Aktennotizen macht, oder hier liegt zum Beispiel das Buch einer, ich oktruiere jedem Mitarbeiter einen Notebook auf, so ein kleines Molleskin-Buch mit irgendwie Vornamen und Namen. Also wirklich ein haptisches Notebook. Also wir haben natürlich auch ein Projektmanagement-Tool, genau, eins dieser Projektmanagement-Tools online, logisch, aber wenn ich was sage, dann will ich, dass die Leute das aufschreiben und dass die Leute dann daraus was machen und dann kann ich darauf zurückkommen und da ist es jetzt halt so wichtig, dass man sagt, hast du gemacht, hast du nicht gemacht, das ist das eine, aber das andere ist, haben wir das jetzt abgeschlossen? Ob das dann gescheitert ist oder nicht, ob das erfolgreich war oder nicht, ist sozusagen eigentlich sekundär, wenn man nur die Sachen abschließt und die Sachen dann auch im Team, ob zu zweit oder zu zehnt, sagt, so, das haben wir jetzt abgeschlossen, das hat funktioniert, so und so, oder das und das hat funktioniert, das und das nicht hat funktioniert, oder wir haben uns bewusst jetzt entschieden, das so und so anders zu machen, sonst schleichen sich so dieses, ja, dann machen wir es so und so, aber nochmal so kurz diesen, auch ein sehr deutsches Wort, Schulterblick. Da bin ich so ein bisschen so ein Nazi, der sagt, diese Sachen sind nicht nur für die Projektmanagement-Performance und dieses Ownership-Thema und so weiter relevant, da kommen jetzt die ganzen englischen Umschreibungen davon rein, die jeder benutzt, aber keiner so richtig lebt, sondern die sind vor allen Dingen relevant, um mit dem Stress und mit dem Scheitern umgehen zu können. Weil wenn man das nicht hat, man weiß nicht, wenn man nicht weiß, wer ist denn jetzt sozusagen, warum ist der Container? Zwischen den Jahren ist ein Containerschiff in der Nordsee hops gegangen, wir hatten einen Container, der ist nicht angekommen. Wir schon so, boah, jetzt steht der Container da auf dem Schiff und liegt irgendwo in der Nordsee, das kann doch nicht wahr sein, da sind jetzt irgendwie 500 Maschinen drin, die gerade die Nordsee verpesten, das kann doch nicht wahr sein. Turns out war gar nicht der Fall, der Container war angekommen, der Lagermitarbeiter wusste nur nichts davon und war deswegen im Urlaub und der Container ist wieder zurück nach Rotterdam gefahren. Ich muss nicht den Typen, der das jetzt versaut hat, da vorne zur Sau machen, aber ich will halt, dass man daraus dann auch lernt, dass man sagt so, guck mal, wir haben uns das vorgenommen, da sind jetzt 500 Maschinen drin, davon haben wir 60 in der Auslieferung vor Weihnachten versprochen, das hat jetzt nicht geklappt, du hast jetzt einfach, nicht du persönlich hast jetzt zu verantworten, dass 60 Leute keine Maschine unter dem Weihnachtsbaum hatten, aber lass uns doch nochmal rekapitulieren, wir als Firma müssen uns jetzt bewusst machen, dass wir 60 Leuten sozusagen Weihnachten versaut haben, in Anführungsstrichen, vielleicht gehen wir jetzt mal her und schreiben denen eine Postkarte statt einer E-Mail. Das ist dann so, das hilft dann, sich nicht auf, was man sonst nämlich macht, sozusagen aufs Klo zurückzuziehen und tatsächlich sprichwörtlich zu kotzen. Ja, so, und wenn man das dann mehrerweise noch mit einem Coach, von mir auf der Couch, durchkauen kann, dann hat man wahrscheinlich irgendwie was gelernt. Das sagt Hans Stier. Seine Leidenschaft, ganz offensichtlich, Kaffee trinken. Sein erstes Unternehmen, Café Toro, das ist aus verschiedenen Gründen gescheitert. Und wir haben gelernt, wir brauchen keinen Gründerführerschein, denn wir brauchen vor allem richtig gute Freunde. Demut, wir brauchen Demut, ein Notizbuch und den Blick zurück, um mit Fehlern abzuschließen. Hans Stier arbeitet heute mit seinem Team von Bonner Werde in Berlin, wo ich ihn für diese Flopcast-Ausgabe besucht habe. Vielen lieben Dank für die offenen Worte und die Einblicke in das Scheitern und vor allem auch das Wiederaufstehen. Wie hat Ihnen diese Ausgabe gefallen? Können wir etwas besser machen? Auch wir lernen natürlich sehr, sehr gerne aus unseren Fehlern. Kommen Sie mit uns ins Gespräch und schreiben Sie uns an flopcast.detektor.fm Ich freue mich, wenn wir uns dann in der nächsten Ausgabe wiederhören. Die kommt nächsten Mittwoch raus. Dann mit Gabriele Fischer, der Chefredakteurin vom Brand 1 Magazin. Heute ist das Magazin eines der bekanntesten und erfolgreichsten deutschen Wirtschaftsmagazine. Zu Beginn wurde es aber nach nur zwei Episoden eingestellt, dicht gemacht und von Gabriele Fischer und ihrer Redaktion selbstständig gerettet. Bis dahin. Ich bin Maja Fiedler. Tschüss. Der Flopcast. Was wir von gescheiterten Unternehmen lernen können. Präsentiert von Lexware. Die Nachbar. Untertitelung des ZDF, 2020